Hallo meine lieben Zuschauer, kommen wir heute einmal zu einer Prophetin und ich möchte euch bitten, das mal alles, was ich euch vortrage, vor dem Hintergrund meines gestrigen Videos zu beleuchten. Was wäre, hieß es da, wenn das alles gefälscht wäre? Was wäre, wenn die Seher benutzt worden wären, damit die Regierung durchdrücken kann, was sie eben durchdrücken möchte? Die Prophetin, um welche es sich in diesem Beitrag handelt, nennt man Sibylle. Wer war Sibylle? Da findest du beispielsweise bei Wikipedia, eine Sibylle ist dem Mythos nach eine Prophetin, die im Gegensatz zu anderen göttlich inspirierten Sehen ursprünglich unaufgefordert die Zukunft weissagt. Wie bei vielen anderen Orakeln ergeht die Vorhersage meistens doppeldeutig. Zum Ursprung der Sibylle. Die archaischen Ursprünge der Sibylle liegen vermutlich im Orient, heißt es bei Wikipedia. Die Wurzeln ihrer Verehrung sind möglicherweise in Kleinasien im Umfeld von Mysterienkulten einer Erdmutter wie Kybele zu suchen. Durch die Begegnung mit Formen altorientalischer, ekstatischer Prophetie entwickelte sich im Lauf der Zeit das Verständnis der Sibylle als Prophetin, als weibliches Pendant oder Gegensatz zum Propheten. Die ursprüngliche Verbindung der Sibylle mit Erdgottheiten zeigt sich oft in dem ihr zugeschriebenen Aufenthaltsort, an einem Felsblock oder Spalt oder in einer Felsenhöhle, der Sibyllengrotte. Es sei wohl auch denkbar, dass hinter der Figur der Sibylle eine historische Persönlichkeit steht. Aufgehorcht, meine lieben Zuschauer. Es ist jedoch unklar, ob es jemals eine solche historische Sibylle gegeben hat. Nun, das wird hier auf jeden Fall bei Wikipedia eingeräumt. Deswegen sage ich ja, immer zuhören, man sagt uns alles. Mehrere Orte, heißt es weiter in Wikipedia, erhoben mit der steigenden Popularität der Weissagungen der Sibylle im Altertum den Anspruch, das wahre und ursprüngliche Heiligtum der Sibylle zu sein. Es entstanden an zahlreichen Orten Bezirke, in denen die Sibylle ihre Weissagungen getätigt haben soll. Spätere literarische Überlieferungen versuchen, diese verschiedenen Sibyllen zu unterscheiden und namentlich zu benennen. Damit wird Sibylle dann in der Antike zu einer allgemeineren Bezeichnung von weiblichen Prophetinnen des Verborgenen. Du siehst schon, es gibt nicht die Prophetin Sibylle, sondern Sibylle ist ein sogenannter Sammelbegriff für weibliche Prophetinnen. Wichtig ist für das Verständnis einer Sibylle, dass sie ihre Wahrsagungen im Gegensatz zum Orakel in Ekstase von sich geben soll, worin man auch eine Verbindung zum ebenfalls aus Kleinasien kommenden Verständnis einer Kassandra sehen kann. Du siehst schon, das ist keine Frau, sondern die Sibyllen der Antike wird noch unterschieden zwischen der griechischen Antike oder der sibyllinischen Bücher Roms, der jüdischen Sibylle, den Sibyllen des Mittelalters. Die Sibyllen des Mittelalters sollen apokalyptische Prophezeiungen enthalten. Der Autor, Herr Beck, hat die Zwölfzeichen der Sibylle in seinem Buch »Am Vorabend der Finsternis« aufgeschrieben. Betrachte sie trotzdem vor dem Hintergrund der Verfälschungen. Möglicherweise haben verschiedene Sibyllen zu anderen Zeiten wie beispielsweise im 14. oder 15. Jahrhundert etwas anderes gesagt. Möglicherweise aber auch nicht. Möglicherweise wurden diese Artikel schon mehrfach verändert. Möglicherweise haben sie mit diesen Sagungen von damals überhaupt nichts mehr zu tun. Allerdings kann es auch sein, dass Sibyllen so etwas, was ich euch gleich vortragen werde, tatsächlich gesehen haben. Ich zitiere aus »Am Vorabend der Finsternis« folgendes. Das erste Zeichen wird sein, wenn die Menschen an Feiertagen schwere Arbeiten verrichten werden. Das zweite Zeichen wird sein, wenn junge Leute von 14 und 15 Jahren heiraten und sich bald wieder scheiden lassen werden, weil eine oder die andere Seite nicht zufrieden sein wird. Das dritte Zeichen wird sein, wenn in dem Lande verschiedene unerhörte und noch nie gesehene Künste und Handwerke entstehen werden, welche größtenteils fremde Menschen ins Land bringen werden. Das vierte Zeichen wird sein, wenn die Kühe und andere Haustiere wenig Nutzen geben werden und die Menschen es der Zauberei zuschreiben werden. Das fünfte Zeichen wird sein, wenn die Menschen gottlos sein werden, sodass sie mehr die Lüge als die Wahrheit lieben und das Herz mehr dem Geld und den irdischen Schätzen als Gott dem Herrn zuwenden werden. Das sechste Zeichen wird sein, wenn die Häuser, Güter und Gründe weit über ihren Wert geschätzt und verkauft werden. Das siebte Zeichen wird sein, wenn die Menschen viele Obst- und Weingärten und Wiesen und verschiedene Wüsteorte umackern und Feldern aus ihnen machen werden und das Brot dabei dennoch teurer sein wird. Das achte Zeichen wird sein, wenn im Gelde eine Veränderung geschieht und durch lange Zeit andauern wird und dabei verschiedene große, unerhörte und unerträgliche Abgaben und Steuern eingeführt werden. Das neunte Zeichen wird sein, wenn ein kurzer Fasching sein wird, wie er schon lange Zeit nicht war, sodass die Menschen an den üblichen rauschenden Vergnügungen nicht genug haben und daher noch in der Fasten lärmende Lustbarkeiten halten werden. Das zehnte Zeichen wird sein, wenn man Schnee statt Heu einfahren wird, denn zur Zeit der Heufexung wird viel Schnee fallen. Das elfte Zeichen wird sein, wenn Gott die Heuschrecken zeigen und sie vom Aufgang zum Sonnenuntergang schicken wird und sie so einen großen Schaden verursachen werden. Das zwölfte Zeichen wird sein, wenn in dem Lande auf einem Berge alle Bäume von oben nach unten absterben werden und bald darauf eine große Hungersnot eintreten wird. Diese zwölf Zeichen werden von Gott, dem Volk, ganz sicher gegeben werden und es wird wegen geschehen, dass die Menschen ihren sündhaften Lebenswandel erkennen und sich bessern möchten. Sie werden es aber nicht tun, sondern noch Ärger treiben. Daher kommen über sie viele Plagen von allen Seiten und die werden groß sein, wie sie noch nicht waren, solange die Welt steht. Und so wird Gott die ganze Welt für die Sünden der Menschen strafen. Zitat Ende Wie immer bin ich ganz gespannt auf eure Kommentare unterhalb dieses Videos. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Eure Angie Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.